Applaus So, ich würde jetzt gerne, Maria, die Original-Lichtposition dabei haben. Können wir das hin? Ja, wir haben gerade den Miebel angemacht und wir sind im richtigen Licht-Cure. Wie können wir gehen? Okay. Ich muss schon von dir auch in die Augen. Okay, Achtung, die Hand da oben, stand-by und einmal durch mit der Lippen. An so einem Tag, an so einem Tag erklärte Mythen die Physik. An so einem Tag schreibt Moser seine Nachtmusik. An so einem Tag kam ich von dem Schlaf Kolumbus auf dem Eilzweg. Und Icarus dachte, er könnte fliegen und Angel ist in die Grube gestiegen. Wäre es in diesem Keller nur ein wenig heller, folgte ich voll Zuversicht meiner Pflicht. Wäre die Gruft nicht so abscheulich und der Duft nicht begleudig. Wäre ich unerschütterlich. Aber so geb ich zu, ich fürchte mich. Darunter, da steh ich zu, wie wir sehen, wir ziele unsere Mission. Wie ich es gesehen, da unten soll es uns weggegangen. Was muss jetzt geschehen? Was muss jetzt geschehen? Aktion, der nächste Institution. Wir sollten es üben und es verschiebt. Diese Stunde, jetzt stundend. Herr Professor, wundervoll. Pst! Wunderbar! Wir kennen jetzt da hinunter. Da hinunter? Ja, selbstverständlich. Schnuschtrax! Du zuerst. Was? Ich? Ja, Tasche. Tasche. Runter. 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 Pst! Willst du, dass die Buckle uns hört? Stille da unten. Achtung! Jetzt komme ich. Aber nein! Herr Professor! Herr Professor, das geht nicht! Ich häng' fest! Na, so hilf mir doch, mein Junge! Oh ja, danke schön! Dankeschön! Oh! Wuhuuu! Wuhuuu! Vielen Dank! Sehr gut gemacht! Okay, wir gehen dann wieder auf die Probebühne und arbeiten dann an Bücher. Wir? Danke! Danke an die Technik! Danke an Christoph und Chai am Piano! Die Bühnenprobe ist beendet! E gut nachher. Woah! Dann cheerio und dr visits! Wir freuen uns, Herr Professor. Danke an die Richtung! Kann ich bitte in die Perseず? Was die beiden nicht wissen, dass nächste Woche nach Anton wird Hecker spielen, ne? Und Feinsaden. So, das werden wir auch in den Prologs auch nicht sagen. Ihr Lieben, hier geht jetzt erstmal gerade wieder der Vorhang zu. Hier auf der Bühne geht es weiter um 16.